Die Opposition, Rassisten. Wir alle, Rassisten. Der oberste Polizist, der unsere Grenzen schützt, ein Rassist, sagt die Bundesregierung. Warum ist das so? Das ist doch Wahnsinn eigentlich. Herzlich willkommen bei Achtung Reichelt. Die größten deutschen Erfinder seit Johannes Gutenberg und Rudolf Diesel sind die beiden SPD-Vorsitzenden Saskia Esken und Lars Klingbeil. Sie erfanden einen rassistisch motivierten Brandanschlag und einen Angriff auf die Polizei mit Sieg Heil rufen. Glückwunsch! Saskia Esken machte die CDU die größte Oppositionspartei verantwortlich für eine Brandstiftung in einem Heim für geflüchtete Ukrainer. Die Tat stellte sich wenig später heraus als das nicht politisch motivierte Schreckenzwerg eines pyromanischen Feuerwehrmanns mit Geltungs- und Löschdrang. Saskia Esken hat sich für ihre Erfindung bis heute nicht entschuldigt oder auch nur erklärt, dass sie falsch lag. Und hier ist der SPD-Vorsitzende Lars Klingbeil, wie er von einem Neonazi-Überfall auf die Polizei im sächsischen Borna berichtet. Schauen Sie. Ich erlebe ein wirres Berlin-Bashing, eine Stigmatisierung von gesellschaftlichen Gruppen. Ich höre absurde Anträge über Vornamen. Ich höre ein lautes Schweigen, wenn es um Borna, um Görlitz und Hildburghausen geht, wo Rechtsextreme sich aufgemacht haben, Sicherheitskräfte mit lauten Sieg Heil rufen angegriffen haben. Dort höre ich ein Schweigen. Diesen Sieg Heilangriff hat es nie gegeben. Lars Klingbeil entschuldigte sich für seine Erfindung später auf Twitter. Allerdings wiederum mit einer Erfindung. Schauen Sie mal. Ich hatte mich Montag auf andere Meldungen verlassen. Da hätte ich vor einer öffentlichen Aussage dazu gründlicher nachfragen müssen. Sorry. Sorry. Einfach erfunden. Das Problem an dieser Entschuldigung ist, Lars Klingbeil hat niemals Meldungen zu einem solchen Angriff auf die Polizei gelesen, denn es hat solche Meldungen nicht gegeben. Lars Klingbeil hat nicht nur den Angriff erfunden, sondern auch noch die Meldungen, die es darüber angeblich gegeben haben soll. Es gab zwar eine Meldung, in dieser stand aber nichts von Angriffen auf die Polizei auf Sicherheitskräfte mit Sieg Heil rufen. Nicht entschuldigt hat sich Klingbeil übrigens dafür, dass er der Opposition vorgeworfen hat, zu rechtsextremen Angriffen zu schweigen. Zusammengefasst, Lars Klingbeil hat sich mit einer Erfindung für eine Erfindung entschuldigt, ohne sich wirklich zu entschuldigen. Die Linie der Bundesregierung der Kanzlerpartei SPD könnte klarer kaum sein. Wer nicht uns wählt, wählt Rassisten. Der politische Gegner ist ein Unmensch. Wer die CDU wählt, unterstützt Gewalt gegen Ausländer. Wer die CDU wählt, wählt Menschenfeinde. Mit Demokratie hat solche Rhetorik nichts mehr zu tun. Das ist die Einschüchterungs- und Unterdrückungssprache von Autokraten. Um es klar zu sagen, natürlich gibt es üblen, abscheulichen Rassismus in Deutschland. Es gibt Menschen in Deutschland, die Rassisten sind. Es gibt in vielen Formen diesen Rassismus. Es gibt ausländerfeindlichen Rassismus, antisemitischen Rassismus, es gibt antideutschen Rassismus und es gibt eingewanderten Rassismus. Aber sind wir strukturell ein rassistisches Land? Sind wir alle Rassisten? Nein, natürlich sind wir das nicht. Aber die Bundesregierung sagt genau das. Sie haben richtig gehört. Unsere Bundesregierung sagt ganz offiziell, dass wir alle miteinander Rassisten sind. Sie, ich, wir alle. Das glauben Sie nicht, wir konnten es auch nicht glauben. Aber wir haben es auf Video. Schauen Sie mal. Wir alle sind mit rassistischen Bildern und Vorstellungen sozialisiert worden. Sie prägen unser Denken und unser Handeln. Zum Teil ohne, dass wir es selbst erkennen. Wir alle sind mit rassistischen Vorstellungen sozialisiert worden. Sie prägen unser Denken und unser Handeln. Das sagt nicht irgendwer, das sagt die Antirassismusbeauftragte der Bundesregierung. Reem Alabali Radovan in ihrem offiziellen Lagebericht Rassismus. Sie spricht für Olaf Scholz. Sind Sie mit rassistischen Vorstellungen sozialisiert worden? Waren Ihre Eltern Rassisten? Prägen rassistische Vorstellungen? Ihr Denken und Handeln? Natürlich nicht. Und trotzdem erklärt unsere Bundesregierung das jetzt ganz offiziell. Alle Deutschen sind Rassisten. Rassismus prägt unser Handeln. Man fasst es nicht, aber die sagen das wirklich. Schauen wir noch einmal ganz kurz rein. Wir alle sind mit rassistischen Bildern und Vorstellungen sozialisiert worden. Sie prägen unser Denken und unser Handeln. Zum Teil ohne, dass wir es selbst erkennen. Millionen Menschen in diesem Land leben und arbeiten Tag für Tag, Seite an Seite mit Menschen mit Migrationshintergrund. Und zwar ohne, dass es ihnen überhaupt auffallen würde. Ohne, dass sie Hautfarbe und Herkunft jemals zu einer Kategorie ihres Denkens machen würden. Unter Tage sind alle Menschen schwarz. In der Werkshalle schaffen alle beim Daimler. Das ist der Geist, der Einwanderung nach Deutschland wirklich geprägt hat. Wir sind kein Volk von Rassisten. Wir sind das Land des Wirtschaftswunders, das durch Migration und Integration möglich wurde. Und wir erinnern uns daran. Und trotzdem beleidigt die SPD von Respektkanzler Olaf Scholz uns alle, unsere Eltern, als Rassisten. Sehen Sie sich dieses Video an. Ein Journalist bezeichnet den Chef der Bundespolizei, Dieter Rohmann, als Rassisten. Und die Antirassismusbeauftragte der Bundesregierung, sie widerspricht mit keinem Wort, mit keiner Silbe. Schauen Sie. Erwarten Sie, dass Sie im Dialog mit der Bundespolizei, dass die dort einsehen haben? Ich meine, Dieter Rohmann gilt ja noch zum alten sogenannten Red Pack. Der gehört ja noch zur Gruppe von Herrn Maaßen und so weiter. Er gilt als mindestens rechts, wenn nicht sogar Rassist. Erwarten Sie da wirklich Dialogbereitschaft seitens Herrn Rohmanns? Und fordern Sie jetzt die Abschaffung oder die deutliche Änderung des § 22 Bundespolizeigesetzes? Oder wollen Sie erst darüber reden? Also kann man noch über Racial Profiling reden? Man kann nicht über Racial Profiling reden. Die Novellierung des Bundespolizeigesetzes ist noch im Gange. Dazu gibt es Diskussionen innerhalb der Ressorts, die aktuell stattfindet. Deswegen kann ich dazu gerade aktuell keine Aussage treffen. Und was das Thema Dialog mit der Polizei angeht. Ich finde, ohne die Polizei geht so ein Dialog nicht. Vor allem habe ich sehr positive Gespräche gemacht mit dem Vorsitzenden der Gewerkschaft der Polizei, Herrn Koppelke, auch zu den Themen. Und ich erhoffe mir dadurch eine sehr konstruktive Runde. Ohne die Polizei geht es nicht. Wir müssen mit Ihnen gemeinsam im Dialog all diese Themen besprechen. Ich weiß, quälend lange Antwort, aber wir wollten Sie in ungeschnitten zeigen, damit Sie sich ein Bild machen können. Unser wichtigster Polizist, ein Rassist? Kein schützendes Wort von unserer Regierung. Der Journalist bezeichnet Dieter Roman sogar als Teil des Red Packs, des Rattenpacks. Was hier ganz sicher nicht als Hommage an Frank Sinatra gemeint ist. Und was sagt Rehm-Ala-Bali-Radovan dazu? Nichts. Gar nichts. Die Opposition, Rassisten. Wir alle, Rassisten. Der oberste Polizist, der unsere Grenzen schützt, ein Rassist, sagt die Bundesregierung. Warum ist das so? Das ist doch Wahnsinn eigentlich. Und vor allem, wenn unser Land strukturell rassistisch ist, wenn der Rassismus überall und in uns allen lauert, warum muss unsere Regierung dann ständig rassistische und rechtsextreme Gewalt und Straftaten erfinden? Noch ein Beispiel. Vor wenigen Tagen machte die Grüne Partei diese Frau zur Justizministerin in Thüringen, Doreen Dehnstedt. Man kann berechtigte Zweifel an ihrer Qualifikation haben. Doreen Dehnstedt war zuvor Sachbearbeiterin der Polizei. Sie ist hier zwar für Recht zuständig, hat von Recht, aber keine Ahnung. Das kann man mit Recht kritisieren. Wir sollen das aber nicht kritisieren, weil wir dann Recht sind. Also schrieb die Polizei Thüringen auf Twitter, seit Bekanntwerden der Nominierung unserer Kollegin Doreen Dehnstedt zur Thüringer Ministerin für Migration, Justiz und Verbraucherschutz, verzeichneten wir eine Vielzahl von rassistischen und beleidigenden Kommentaren in den sozialen Netzwerken. Die Botschaft der offenkundig politisierten Polizei hier könnte klarer kaum sein. Halten Sie sich fern von Kritik an Doreen Dehnstedt oder Sie begeben sich in die Nähe von Rassisten. Wir haben deswegen mal bei der Polizei in Thüringen nachgefragt, was Vielzahl von rassistischen und beleidigenden Kommentaren denn bedeutet. Wie viele Ermittlungsverfahren es gibt denn dafür, ist die Polizei zuständig, nicht für politische Einschätzung. Die Antwort der Polizei? Ob es sich dabei um eine rassistische Beleidigung handelt, wollte uns die Polizei nicht sagen. Unsere Polizei ist politisiert und unsere Regierung erfindet rassistische Straftaten, um die Menschen in diesem Land als Rassisten darzustellen. Hier ist ein weiterer Fall der Rassismusbeauftragten von Bundeskanzler Olaf Scholz. Und zum Beispiel ist es auch struktureller Rassismus, wenn beim Diktat in der Grundschule Murat von der angehenden Lehrkraft eine schlechtere Note bekommt als Max bei gleicher Fehlerzahl. Das sind Beispiele, die in dem Lagebericht aufgeführt werden, die auch wissenschaftlich untersucht sind und belegt sind. Hm, klingt schlimm, schrecklich. Der Fall, den Rehm ala Bali Radovan hier schildert, klingt geradezu haarsträubend skandalös. An einer Grundschule bekommt Max im Diktat eine bessere Note als Murat, obwohl beide die gleiche Fehlerzahl haben? Das ist ja unglaublich. Ja, das ist unglaublich, weil es nicht stimmt. Wir haben bei der Antirassismusbeauftragten nachgefragt. Die Antwort, es gibt diesen Fall nicht. Es gibt ihn nicht. Es gibt ihn nicht, aber hat Frau ala Bali Radovan nicht genau das gesagt? Hören wir nochmal ganz kurz rein. Und zum Beispiel ist es auch struktureller Rassismus, wenn beim Diktat in der Grundschule Murat von der angehenden Lehrkraft eine schlechtere Note bekommt als Max bei gleicher Fehlerzahl. Das sind Beispiele, die in dem Lagebericht aufgeführt werden, die auch wissenschaftlich untersucht sind und belegt sind. An einer Grundschule, sagt sie. Belegte Beispiele, sagt sie. Die Wahrheit ist, es handelt sich um eine fünf Jahre alte Studie der Uni Mannheim, bei der 204 Studenten, nicht Lehrer, Studenten, fiktive Diktate vorgelegt wurden. Was Rehm ala Bali Radovan hier so betroffen und empört als Beispiel für strukturellen Rassismus schildert, ist an keiner deutschen Grundschule so passiert. Trotzdem behauptet sie es einfach. Man könnte sagen, sie lügt. Es gibt in der Politik immer nur ein einziges Motiv, Probleme zu erfinden. Man will über andere Probleme nicht sprechen. Man löst lieber Probleme, die es nicht gibt, weil man es zu mühsam findet, sich um wahre Probleme zu kümmern. Oder weil diese Probleme, diese wahren Probleme, nicht zur eigenen Ideologie passen. Unsere Bundesregierung will nicht über unkontrollierte Zuwanderung, über offene Grenzen, über eingewanderte Gewalt und Kriminalität, über das Problem der Wohnungsnot, über veränderte Innenstädte, über Übergriffe in Freibädern, über die Macht der Clans, über immer mehr Messerangriffe, über ganze Ortschaften in Angst oder den Krieg gegen unsere Polizei sprechen. Über den Krieg gegen Feuerwehrmänner und Rettungssanitäter an Silvester. Unsere Regierung will, dass wir ihre Parole vom bunten Deutschland nicht hinterfragen. Wir sollen uns ob ihrer Ideologie erfreuen, wie Katrin Göring-Eckardt. Wir reden darüber, wie unser Land in 20, in 30 Jahren aussieht. Es wird jünger werden. Ja, wie großartig ist das denn? Wie lange haben wir über die Demografie gesprochen? Es wird bunter werden. Ja, wie wunderbar ist das? Das haben wir uns immer gewünscht. Wahrscheinlich wird es auch religiöser werden. Und ja, unser Land wird sich ändern und zwar drastisch. Und ich sage euch eins, ich freue mich drauf. Vielleicht auch, weil ich schon mal eine friedliche Revolution erlebt habe. Immer wieder ein unglaubliches Video. Wir sollen behaupten, dass Migration unser Leben besser macht, dass wir uns daran erfreuen. Aber natürlich stimmt das nicht. Jeder weiß es, jeder spürt es, jeder erlebt es. Hier ist noch einmal die Antirassismusbeauftragte von Olaf Scholz, wie sie über die Silvesternacht spricht. Schauen Sie. Die Debatte über die Ereignisse in der Silvesternacht in den letzten Tagen hat noch einmal gezeigt, dass wir es auch 2023 leider nicht schaffen, solche Debatten über in unserem Einwanderungsland solche Themen zu diskutieren, ohne dabei rassistische Ressentiments zu bedienen. Und klar ist, wir müssen die Täter von Silvester nach ihren Taten beurteilen und nicht nach ihren Vornamen. Niemand hat das getan. Niemand hat die Täter nach ihren Vornamen beurteilt, sondern danach, dass sie Feuerlöscher auf fahrende Krankenwagen geworfen haben. Die Botschaft von Rem Adabali Radovan an uns alle könnte klarer kaum sein. Wenn wir aussprechen, was wir alle mit unseren eigenen Augen gesehen haben, dann sind wir Rassisten. Unsere Augen sind rassistisch. Nicht die Gewalt ist für unsere Bundesregierung das Problem. Wir sind es. Uns in unseren eigenen Sinnen und Erfahrungen zu verwirren, uns die Gewissheiten unserer Augen zu untersagen, das ist nichts anderes als Machtpolitik gegen die Bürger. Der Grund dafür ist einfach. Die Migrationspolitik der links-grünen Ideologen lässt sich nur gegen die Mehrheit der Menschen in diesem Land durchsetzen. Niemand will sie. Hier sind die neuesten Zahlen. Es sind die Zahlen, um die es in dieser Debatte wirklich geht. Die Zahlen, die Sie nicht bemerken sollen. Bildtitel dazu Schockzahlen. Illegale Migration erreicht Rekordniveau. 2022 stellte die Bundespolizei, deren Chefmann laut Rem Adabali Radovan ungestraft und unwidersprochen als Rassisten verunglimpfen darf, 91.986 illegale Einreisen nach Deutschland fest. Das waren 59,6 Prozent mehr als im Vorjahr. 59,6 Prozent. Seit 2017 haben sich die illegalen Einreisen mehr als verdoppelt. Die wahren Zahlen sind aber noch dramatischer, da die Bundespolizei laut eigenen Angaben nur rund ein Drittel der illegalen Einreisen erfasst. 2022 wurden in Deutschland 217.774 Asylanträge gestellt. 46,9 Prozent mehr als im Vorjahr. In diese Zahl fallen übrigens nicht die ukrainischen Kriegsflüchtlinge. 217.774 Asylanträge. Wir alle wissen, wer einmal Asyl in Deutschland beantragt hat, wird dieses Land vermutlich nie wieder verlassen. Und genau so will es die Bundesregierung auch. Die thüringische Landeshauptstadt Erfurt hat 213.000 Einwohner. Zu uns ist im letzten Jahr, also weitestgehend illegal, einmal die komplette Stadt Erfurt eingewandert. Eine komplette Stadt. In einem Jahr eine neue Großstadt mit Menschen, die fast ausschließlich aus islamistisch geprägten Ländern kommen. Wenn wir gegen Rassismus kämpfen wollen, warum lassen wir dann eigentlich massenhaft Antisemitismus zu uns einwandern? Gibt es dafür eine Mehrheit in Deutschland? Natürlich nicht. Sollten wir, sollten Sie in einer Demokratie nicht mitreden dürfen, wenn innerhalb eines Jahres einmal Erfurt zu uns einwandert? Natürlich sollten Sie das. Aber unsere Regierung will nicht, dass wir dabei mitreden. Deswegen sollen wir schweigen in dem schamhaften Glauben, kleine Rassisten zu sein. Und um uns zu Rassisten zu machen, erfindet unsere Regierung rassistische Vorfälle. Hier ist der grüne Berliner Abgeordnete Vasily Franco auf Twitter. Von den Machern der Vornamenabfrage zur Berliner Silvester-Nacht kommt jetzt das nächste rassistisch motivierte Highlight. Diesmal im Sportausschuss. Wie kaputt ist die CDU Berliner eigentlich? Fragt Vasily Franco. Was war geschehen? Die CDU hatte es gewagt, folgende Frage an die rot-grüne Regierung des Failed State Berlin zu stellen. Welche Maßnahmen trifft der Senat nach den Silvesterkrawallen zur Sicherheit und damit Familienfreundlichkeit der Sommerwieder? Das war alles. Eine vollkommen legitime Frage. Hier in Freibadistan. Nochmal eine Erinnerung an den letzten Sommer, wie er aussah, falls Sie es schon vergessen haben. Schauen Sie. Schauen Sie. Schauen Sie. Das war's für heute. Der letzte Sommer hier in Berlin. Sie sehen es mit Ihren eigenen Augen. Aber die Grüne Partei sagt, wenn Sie wissen wollen, was die Regierung tut, um Ihre Kinder vor solchen Zuständen zu schützen, dann sind Sie ein Rassist. Der CDU-Vorsitzende Friedrich Merz sprach vor wenigen Tagen deutlich aus, dass wir ein massives Problem mit unkontrollierter Migration und gescheiterter Integration haben. Schauen Sie. Die meisten von denen wollen ja gar nicht bleiben. Und die, die hier sind, sind gut aufgenommen, sind sehr bereit, sich hier auch in Deutschland, soweit es geht, zu integrieren, solange sie hier sind. Wir sprechen hier über eine völlig andere Gruppe. Wir sprechen hier über Leute, die eigentlich in Deutschland nichts zu suchen haben. Die wir hier seit längerer Zeit dulden, die wir nicht zurückschieben, die wir nicht abschieben. Und bei denen wir uns dann darüber wundern, dass es hier solche Exzesse gibt. Und das fängt ja nicht mit Berlin und Neukölln an. Sprechen Sie mal mit Lehrerinnen und Lehrern in den Grundschulen, was die jeden Tag erleben, auch an verbaler Gewalt. Und dann wollen Sie diese Kinder zur Ordnung rufen. Und die Folge ist, dass die Väter in den Schulen erscheinen und sich das verbitten. Insbesondere, wenn es sich um Lehrerinnen handelt, dass sie ihre Söhne, die kleinen Paschas, da mal etwas zurechtweisen. Da fängt es an. Und wenn wir nicht in der Lage sind, diesen Lehrerinnen und Lehrern, ich nenne die Lehrerinnen zuerst, weil denen überhaupt kein Respekt entgegengebracht wird, nicht in der Lage sind, denen zu helfen, dass sie sich gegen diese Phänomene zur Wehr setzen, dann sind es in der Schule die Achtjährigen und da draußen auf der Straße in wenigen Jahren die 15-Jährigen. Da liegt doch das Problem. Wir wehren uns zu spät gegen diese Phänomene, die wir hier auf der Straße gesehen haben. Und das sind eben überwiegend Jugendliche aus dem arabischen Raum, die sich nicht bereit sind, hier in Deutschland an die Regeln zu halten, die Spaß daran haben, diesen Staat herauszufordern. Und da bin ich auch nicht bereit zu akzeptieren, zu sagen, ja, die haben eine schwere Kindheit und die haben es hier schwer in Deutschland, die werden hier nicht genug betreut und nicht genug umsorgt. In diesem Land hat jeder eine Chance. Die sind selten so gut gewesen wie gegenwärtig. Und wer sich nicht daran hält, man muss es deutlich sagen, der hat in diesem Land nichts zu suchen. Was Merz hier sagt, ist für die meisten Menschen im Land nicht mal besonders kontrovers. Er beschreibt, was jeder sehen kann, was wir fast alle täglich erleben. Aber die Regierung wünscht nicht, dass wir es aussprechen. Hier ist noch einmal Remada Bali Radovan über Friedrich Merz. Schauen Sie. Wenn jemand in Bezug auf, Sie hatten es auch angesprochen, die Silvesterkrawalle sagt, es sind überwiegend Jugendliche aus dem arabischen Raum, die nicht bereit sind, sich an die Regeln zu halten und in diesem Zusammenhang auch von kleinen Paschas spricht, inwiefern ist das eine rassistische Bemerkung? Diese Bemerkung schürt rassistische Ressentiments und kann auch zur Stigmatisierung von ganzen Gruppen führen. Ich lehne das entschieden ab und ich finde es sehr erschreckend, dass wir in der Debatte um die Silvesternacht immer wieder rassistische Ressentiments jetzt gehört haben. Ich hätte gedacht, wir sind mittlerweile weiter und können sachlich über auch darüber reden, was in der Silvesternacht passiert ist. Viele Dinge, die zu verurteilen sind, die konsequent auch strafrechtlich verfolgt werden müssen. Aber diese rassistischen Ressentiments erschrecken mich doch sehr. Wenn Sie also aussprechen, was jeder Mensch im Land sehen kann, dann schüren Sie rassistische Ressentiments. Es geht in diesem Land und vor allem bei den linksgrünen Ideologen nur noch darum, welches Wort man benutzen darf. Oh, er hat Indianer gesagt! Das darf man nicht mehr sagen, das I-Wort! Unser Leben mag durch die Politik dieser Ideologen miserabel werden, deswegen verbannen sie die Worte, die das Treffen beschreiben. Fakten sind Rassismus. Wahrheit ist Rassismus. Wir alle sind Rassismus, sagt die Beauftragte von Respektkanzler Olaf Scholz. Die öffentlich-rechtlichen Medien lügen Ihnen vor, die Gewalttäter der Silvesternacht waren mehrheitlich Deutsche, aber fragen Sie bloß nicht nach den Vornamen der Täter. Wenn Sie nach den Vornamen fragen, dann sind Sie ein Rassist. Die SPD und die Grüne Partei machen diesen Wahnsinn wenigstens aus Überzeugung, das muss man ihnen lassen. Noch schlimmer aber ist die FDP. Die Partei der Liberalen ist inzwischen an intellektueller Trübseligkeit nicht mehr zu überbieten. Hier ist unser Justizminister Marco Buschmann, der Liberale, der uns noch immer im Zug unter die FFP2-Maske zwingt, mit seinem Beitrag zur Vornamendebatte. Schauen Sie. Es kann doch nicht ernsthaft der Zweifel bestehen, dass eine Forderung, wie die Vornamen von Tätern zu veröffentlichen, nichts, aber auch gar nichts zu einer seriösen Aufarbeitung beiträgt, sondern schlichtweg nur ausbeuten will, was es an Ressentiments gibt. Der Herr Brandner fragt, warum nicht. Das kann ich Ihnen ganz einfach erklären. Das kann ich Ihnen einfach erklären. Das kann ich Ihnen in einem ganz persönlichen Beispiel erklären. Wissen Sie, wie mein Vorname lautet? Marco, mit C geschrieben. Macht mich das jetzt zum Kind italienischer Einwanderer? Ja, könnte man meinen. Ist aber Quatsch. Ist aber Quatsch. Macht mich das jetzt, würde ich, also ich habe nicht vor, Straftaten zu begehen, aber würde ich dereinst erwischt werden, macht mich das jetzt zum Mitglied eines sizilianischen Mafia-Clans? Das ist doch offensichtlich Unsinn, was Sie da erzählen. Applaus Irre. Was Marco Buschmann Ihnen hier mit seiner Gelsenkirchener Gockelhaftigkeit einreden will, ist schlicht eine Lüge. Es ging nie darum, an Vornamen abzulesen, wer ein Straftäter ist. Es ging darum, bei Straftätern anhand des Vornamens zu erfahren, welchem Milieu sie entstammen könnten. Ob wir zum Beispiel ein Problem mit gescheiterter Integration haben. Sie lügen aus nur einem Grund. Sie wollen politisch durchsetzen, was die Mehrheit in diesem Land nicht will. Marco Buschmann, das muss man ihm lassen, beweist eindrucksvoll, dass man auch als weißer Mann mit abgeschlossenem Jurastudium absolut unqualifiziert sein kann für den Job des Justizministers. Das ist das Schöne, wenn man wie sie und wie ich kein Rassist ist, wenn man Hautfarbe nicht als Kriterium für Qualifikation empfindet. Man kann laut und deutlich aussprechen, guck mal, da ist ein Weißer, der vollkommen unfähig ist. Eine unqualifizierte schwarze Frau und ein unqualifizierter weißer Mann bekommen beide den gleichen Job. Sie sind Justizminister in Deutschland. Das ist wahre Chancengleichheit. Es gibt etwas Großartiges Neues hier bei Achtung Reichelt. Ab sofort können Sie meiner WhatsApp-Gruppe beitreten. Und da bekommen Sie immer die aktuellsten Clips unserer Show, die Sie mit Ihren Freunden und Ihrer Familie teilen können. Dazu exklusiven Content und regelmäßig Sprachnachrichten von mir persönlich über alles, was mich und hoffentlich Sie auch bewegt. Also kommen Sie in meine WhatsApp-Gruppe. Es ist nur Platz für 5000 User. Den Link dazu finden Sie hier in den Kommentaren. Gepostet, der Link in den Kommentaren. Klicken Sie drauf und schon sind Sie in meiner persönlichen WhatsApp-Gruppe. Ich freue mich sehr auf Sie. Und ab heute finden Sie uns übrigens auch offiziell auf Telegram. Auch dieser Link steht hier auf YouTube in der Videobeschreibung und in den Kommentaren. Und noch etwas. Es kommt noch mehr. Wie an Weihnachten. Verpassen Sie unter gar keinen Umständen das Interview, das mein Kollege Ralf Schuller mit der großartigen, absolut großartigen Christina Schröder geführt hat. Sie hat Dinge gesagt, die mich persönlich sehr bewegt haben. Schauen Sie mal. Wir haben Menschen alleine sterben lassen. Und zwar nicht nur in den ersten wirren Wochen, sondern im Grunde noch bis vor... Es gibt immer noch Krankenhäuser mit Besuchsbeschränkungen. Dass wir Menschen haben alleine sterben lassen, das war über viele Monate. Man kann auch sagen, in manchen Krankenhäusern war ein, zwei Jahre der Fall. Was das für die Menschen selbst bedeutet hat, für die Angehörigen. Also wir wissen doch, Grundrechte dürfen nicht in ihrem Kern angetastet werden. Sie dürfen eingeschränkt werden, klar, aber nicht in ihrem Kern. Ich würde sagen, wenn man Menschen alleine sterben lässt, dann geht es hier um den Kern von Grundrechten, vielleicht sogar im Artikel 1. Was war für Sie der schlimmste Satz in der Corona-Pandemie? Der gefährlichste Satz war wahrscheinlich dieses einfache Hört auf die Wissenschaft. Bewegende Worte von Christina Schröder. Wir haben Menschen alleine sterben lassen. Das ist etwas, worüber ich bis heute persönlich nachdenke und worüber ich bis heute persönlich nicht hinweg bin und mich frage, wie es geschehen konnte, dass das bis heute politisch nicht aufgearbeitet ist. Das ganze Interview finden Sie hier auf YouTube auf dem Kanal Schula. Fragen, was ist. Schauen Sie es sich an. Verpassen Sie es nicht. Wahre, kluge Worte einer großartigen Frau. Das war Achtung Reichelt, der härteste Gegner von Scheinheiligkeit, Propaganda und Heuchelei in der Politik. Entschuldigen Sie sich niemals für das, was Sie sind oder woran Sie glauben. Und haben Sie keine Angst, denn Sie sind nicht allein mit Ihrer Meinung.